heule gegner sind wieder gespawns beim zurückrennen ich habe die meisten ignoriert aber hier hier wird aufgeräumt genau hier waren wir dann wie wir runtergeguckt sind was wenn ich die ästliche nase wo armselig Das ist nicht meine Heldenstimme, ich denke, dass du armselig für dich bist. Schützgefährte, nein! Der Wechsel, uah! Ja, toll! Schützgefährte, Regal. Ups, Schützgefährte wieder down gleich. Oder ist er schon down? Er ist schon down. Okay, kommt mein Kürzgefährten weg. Nein, nein! Ich werde ihn nicht leben können. Du Schwein! Er ist tot. Er ist schon wieder tot. Ah, Mist. Kein Glück für mich. Ich habe ein Blitzgefährten gefückt. Ich muss noch reden, wenn das möglich ist. Da waren wir schon oben. Und wie komme ich da rauf? Ah, was sagt mir das? Ich sehe hier nichts. Das Gefährte ist gleich wieder zurück. Okay, hier ist er. Wir können weiter gehen. Kommen wir hier durch? Nein. Dann zur Hauptmission. Mal fertig machen hier. Ja. Daneben. Miest. Diesmal nicht daneben. noch nicht. Ohne Viva. Hallo, Obergriecher. Liebeskriecher. Auf Deutsch übersetzt. Oh. Aber mein Ausbilder sagt, ich hätte den Killerinstinkt eines Garfs. Oh. So kriege ich nie meinen K.O.T.Z. Nasenring. Dabei wünsche ich mir nichts anderes, seit ich vor ein paar Tagen erfahren habe, dass es sowas gibt. Oh. 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 War mal kleiner Junge. Er kriegt seinen Namen regentlich. Wo ist die Kugel? Trümmes Lot. Da müssen wir hin, natürlich. Ich glaube, dass es fast wieder weg zurück ist. Aber, wo Loot ist, bin auch ich. Hallo, Pilzgefährte. Trüm, dass du nicht mitkommst. Auf die Reise. Ich gebe wieder Umwege, wobei ich Loot gesehen habe. Ich konnte nichts widerstehen für die Grüne. Kurz. Kurz. Oh. Wieder ein riesen Umweg wahrscheinlich. Ein teuflisches und genial designtes Rätsel wartet ganz in der Nähe auf dich. Meinst du, du kannst dir die Belohnung sichern? Nicht so ein Rätsel wieder. Oh. Ich hasse dich. Da habe ich schon mal eins gemacht. Aber nicht in diesem Let's Play. Da drüben. Okay. Wo führst du mich hin, Rätsel? Weg von dieser Mission fast. Wellö. Ach. Wie ist gar nicht. Jetzt steckst du in der Klammern. Oh, Herruuuu. Das stecke ich! Dann weg, ja! Oh, vielleicht darf ich es doch nicht. Bin ich die vierte? Nein! Wala. Bin ich die vierte? Gute Arbeit. Verdammt, da geht es ab, Gott. Oh, komm, nimm's. Nimm's. Aha. Das war es nicht wert. Nein, weg mit dir. Oh, Paun. Oh, Paun. Oh, Paun. Oh, Paun. Oh, Paun. Was sagt mir die Karte? Sollte ich da links zum Bossfight gehen oder hier noch absahnen? Und dann nochmal. Ich geh absahnen. Ich geh absahnen. Ich geh absahnen. Uh, 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 uh. Hast du gestorben? Und dann nochmal doch die ganzen Leute durchrennen. Ich dachte, dass mich die Kugel ja hier raufkickt. Oh. 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 Das ist ja nur grüne Lot. Kein Glück. ich komme jetzt wieder raufkrieg. Okay. Okay. Was haben wir sonst noch? Wow. das ist der weg wenn ich früher am anfang gehen wollte den tippen da gesehen ganz extremer auf einmal ist die musik wieder ganz weg das verstehe ich nicht richtig einfach mal gegner an und dann kommt sie wieder sein oder mein tod wird hier sein weil ich hier runtergefallen bin wirklich ist eine bestrafung jetzt ich heule schon weil ich den jump nicht geschafft habe und vermasselt habe und wieder hierauf ich hoffe dass mich dann keine mission darauf führt da ist doch gar nichts oben oder wir testen es wir testen es ich hoffe dass was wird die loot tour hier drinnen gibt mir auch nichts dafür da habe ich jetzt gefüttert ist wieder tot lasse ich gerade im stich von meiner blutgier kann man da überall hin da geht es wieder da rüber da komme ich links drauf nicht dass mir überall hin kommt ein bisschen loot haben wir bekommen alles grün natürlich definitiv nicht ganz wert gewesen ich werde schlecht gebrochen weil ich wieder alles durchrennen muss ja jetzt wird wieder sterben das hat mir wehgetan gerade ach danke für den boost den habe ich gebraucht nein ich will kein schädel sein in deiner sammlung vom pilzgefährte wir haben keine zeit für diese kampf wir müssen bosskampf machen auskampf wartet auf uns wir werden wir haben so dass ich diese bomben habe so dass ich diese bomben habe wir haben wir haben Jetzt springen wir uns den Weg frei. Ah, meine Stimme geht schon ein, ich spüre es. Oh, Hilfe! Er ist direkt hinter mir! Wer? Oh, dem Ogre sei Dank! Du bist da! Besiege dieses Monster! Da ist ein Lebenswesen! Mein Wutknochen passt genau auf deinen Angstknochen! Aui! Mist! Oh, wow! Der ist stark, der Typ! Ja! Der Dragondorf wird auf Sieg! Bützgefährte! Ich hole dich! Wo ist der Typ? Ah, der! Ich werde dein Gehirn fressen! Nicht aus Giel! Ich bin kein Zombie! Ich kann dich echt nicht leiden! Das ganze Treffert sich nur zu einem Sacken gehen! Okay, haben wir jetzt vielleicht eine Waffe für den? Ich habe mein gutes Mapper-Fan aufgeraucht, merke ich grad das Ding da. Das sollte mal Schaden machen. Ich mach grad jetzt wenig schaden. Das ist ne Werf-mich-Waffe. Ich mag keine Werf-mich-Mach-Waffe. Ich mag keine Werf-mich-Mach-Waffe. Waffen. Waffen. Das arme kleine Heldchen ist hingefallen! Nein! Ei! Pilzgefährte! Ich brauche Waffen! Gute Waffen! Das Ding macht auch nichts! Pilzgefährte! Ist wieder down! Gute sind in die Fresse, Pilzgefährte! Ne, das Ding, das hat nichts drauf! Uh! Oh! Pilzgefährte ist wieder down! Wieso nicht ein wenig vordrängeln? Das war's nicht wert! Das war's nicht wert! Das war's nicht wert! Das war's nicht wert! Oh! Pilzgefährte! Hau auf! Nein! Oh! Das war's mit mir! Nein! Oh! Ah! 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 Hast du auch genug Tränke zu dir genommen? Nein! Hab ich nicht! Diese Waffe war für nichts! Verlangsamungswaffe! Und das... Shogun! Wir brauchen Eis und Blitze! Wir brauchen Eis und Blitze! Wir gehen wieso! Das schaut schon besser aus! Ah! Es wird auch geworfen! Es bounced! Sonst... Sollt ihr euch gerade echt diesen Bounce an! Ah! Ich hab keine guten Waffen mehr! Ah! Oh! Du bleib weg von mir, Fleischsack! Du bist so... feucht! Igitt! Nein! Nein! Ich brauche Giftwaffen für den Typen. Keine guten Waffenträgen. Schon bald wirst du zu uns gehören. Ich will einfach schauen, dass ich Decken habe. Hast du nicht drauf? Nein, Mist. Mist, 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 Mist. Dann belebe mich. Filzgefährte, das geht sich aus. Komm schon. Filzgefährte, Filzgefährte, Filzgefährte. Ich habe so schlechte Waffen für den Typen. Ich schätze, ich sollte verkaufen gehen und leveln. Verkaufen gehen und leveln. Doch, das ist doch nicht so schlecht. Wir sind so nah an dem Level-Up. Gehe Richtung Anfangszone. Mach das Level-Up und kaufe neue Waffen. Der Glücksfaktor, der war zu wenig. Nicht ausgereicht, um mich gut zu machen. Ich dachte mal, dass ich in diesem Spiel wirklich am Verrecken bin. Uff, knapp. Mach keine Frui-Viapons. Mag ich nicht. Okay, doch. Level-Up fertig. So was? Dann zue ich zum Start. Automaten. Ja, ja. Fresh talk me all you want. Ich brauche nur gute Waffen. Die Shotgun hat ein bisschen was gemacht, aber... ...verreißt die Waffe nicht. Okay, wir sind in Sicherheit. Äh, bis Soda. Goodbye. Bis zum.